Das ist der 2010-Sieger und 2011-Sieger. Der zweite ist ja schon, sie haben schon 18 Worte, sie sind gestanden. Möchtet ihr den Schein? Der ist getrifftet. Der zweite noch super Zeit. Zwei. Der hat den Kurvenraten so gepackt. 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 Und dann geht es um den Kurvenraten so gepackt. Der ist 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 so gepackt. Der muss das gepackt werden. Der hat den Kurvenraten so gepackt.